Hallo, ich bin Corbin John und ich nehme euch mit in die Welt der manuellen Drucktechniken. Ich zeige euch, wie ihr mit einfachen Materialien aus der Natur oder dem Haushalt kleine und auch große Kunstwerke erschaffen könnt. Das Tolle an diesen Techniken ist, dass man schnell ins kreative Tun kommt und dabei vielschichtige Ergebnisse erzielen kann. Ich freue mich auf euch! Ich freue mich auf euch!